Aber jetzt weiß ich das. Ich dachte, man muss immer echt warten, bis das Ding wieder da ist. Nein. Und wann hast du das rausgefunden? Bei uns, beim letzten Mal. Okay. Deswegen haben wir auch immer gefailt, weil ich das ganze Zeit immer gemacht habe, links und rechts. Ach so. Backen. Ja klar, möchte ich ein. Ja, hier kannst du viel mehr Sterne sammeln. Hm. Das ist eben. Kann man auch. Ja, du musst auch einen guten Sternvorrat ansammeln. Ja. Oh nein. Ja genau, so. Genau, gibt Wario einfach Wario. Ist ja. Ja. Warte mal. Und jetzt willst du dich. Fuck. Sonst wäre es gewesen, wenn du das gewesen wärst. Ich hätte ja gedacht, dass ich vielleicht noch dich erwische. Hm. Arschloch. Ich hätte eigentlich vor, dass du mir ein Sachen gibst. Das war eigentlich der Plan. Ja. Damit die Rache vom letzten Mal, als es wiederkommt. Hey, ich habe doch gar nichts gemacht gehabt beim letzten Mal. Nein. Oh, Vergrabener Schatz ist wieder Centus das Spiel. Oh. Ja, du hast den. Du findest den auch am meisten. Bist du behindert? Ja. Ja, klar. Bist du behindert? Bist du ja klar. Alter, hab ich mich ernsthaft da weggedrückt? Ja, habe ich. Das ist doch nicht wahr. Ich dachte so, warte mal, der kann doch nicht da sein. Da gehst du nach links drüber und dann sehe ich dieses komische Blitzen, ne? Und du direkt so, hin da. Und dann habe ich auch gesehen. Und ich habe ein bisschen mehr freigegraben als du gleich vorher schon. Deswegen hat das so gut geklappt. Ich fand es lustig. Ich nicht. Ja, es wird mir ruhig. Ich glaube, ob du lustig fahren hast oder nicht. Das ist schon wieder anderthalb Stunden. Ja, ist doch klar. Ja. Achso, auch noch kostenlos nehmen. Ja, danke. Keine Münzen, weißt du. Ja. Hm. Grüßt du aber nicht, danke kaum. Vergiss es. Oh, vielleicht war sie drinnen. Also, wir sind schon wieder fast fertig. Ich spiele eigentlich die ganze Zeit nur mal zwei mit zwei. Hä? Ich spiele die ganze Zeit nur zwei und zwei. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Achso, wir müssen unten lang fahren oder unten lang fahren. Keine Ahnung. Und unten lang fahren. Ah, yow. Und er kann da oben alles rumgrabbeln. Äh. Nur Bruder. Nur Pisser. Die geht rein. Aber immer nur diese Seite lang, Amy, ne? Aber hier gewinnt eigentlich auch jeder. Ja. Das ist schon okay. Ja, ja. Drei Stück. Der zieht gleich 20 rein. Ja, ich muss das ab und zu warm, wenn ich das mit diesem Rundenanzeigen mache. Dann muss ich wissen, wann ich welche Runde mache. Ja. Du bist ja auch gehnelt. Ja. Ja. Fünf. Ja, ja, ich drück's schon, Mensch. Komm her, ist das für fünf. Ja, kriegst du wieder. Ah, doch. Düdi, düdi, düdi. Wasser. Düdi, dü. Dü, 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 dü. M-m-mm. Oh. Meine zweite wieder. ja wie breitgezogen das gesicht immer ist auf den bildern na boxenhaufen wahnsinn aber nur manchmal ist es so behindert also hingierig kommen so wenig doch naja viel zu wenig er könnte auf deine plattform kommen jetzt wieder sehen mit bose das problem du musst in dieser runde immer 50 münzen erreichen damit du eine pflanze setzen kannst und einen stern holen kannst ja eins schade aussetzen halt zum hauen bauzer bist du behindert ja ist das noch nicht ich will reise nach scheiß nein ich bin ein unsozialer netter mensch ein alsozialer du weißt was ich haben will ne küsst ihr glühweinern nicht ready go wie fair nein hier um mich rumrennt sollt ihr benimmern oder so oh peach blockiert einen oh sollst sie vielleicht befreien oder auch nicht oder auch nicht du bist du behindert mit dein scheiß rumspielerei ich kann ich da nix für ja kann ich dafür dass du rumspielst oder wie ja aber ich kann ich dafür dass ich mich umdrehen konnte und den reinschlagen konnte das war nix bitte da erstmal rum wie ein Affe ich habe da wirklich nix für nein wachen ich wollte nur die Glühwein haben oh hm du bist so behindert manchmal jetzt aber ist lustig ja vor allem wie peach mich blockiert hat siehst du sagt dass peach schuld typisch schuld ne ich wollte nur die Glühwein haben ja kann man nicht abgeben aber egal oh nein kann man nicht abgeben ja so kann es ok aussahndsweise gebe ich auch münzen aber keine sterne tanzt rein vor allem Gott sei mein Bild ja aha sterne sterne danke wow aber so viel hatte sie sogar nicht ja oder ach ja egal immerhin du kannst sich keine blumen kaufen und keinen sterne ist das schon mal gut ich hätte mir einen sterne geben können ja genau noch mehr sterne du hast doch schon zwei und du hast vier du wichser ja aber nur durch dafür keine pflanzen mehr aber brauchst du gar nicht du möchtest doch jetzt die pause samenkaufen würde ich gar nicht ne rot war ja zuletzt und rote schon wieder schön sag dich doch kannst du dich einmal bitte auf mich hören ach 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 was ist die ne ja doch ich habe kaum chaos will ich oooh ne ich sag ja eigentlich kommen immer die gleichen dinge ja wie ich sie machen kein ja chord kannst du dich einmal ein bisschen umschreiben dass der random effekt besser ist oder percherer wie soll ich das hier machen keine ahnung doch Dok ca komm wenn du das Ding jetzt wie aus ne kleiner du nek wir beide nur so halbwegs